Na komm schon, Mann. Wir heizen ihn mal richtig ein. Was sagst du? Ich wollte ihn mal richtig einheizen. Na also. Na gut. Also das hier ist ein Oldie. Aber, äh, naja, äh, wir nennen es eben ein Oldie, da wo ich herkomme. Okay, Jungs, hört zu, das ist ein Blues, Rhythmus B. Achtet auf den Tempelwechsel, der Rest kommt von selbst, okay? Da, live the country boy named Johnny Begoon. Never ever learn to read or write so well. He can play a guitar just like he's ringing a bell. Go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Hey, George, hab dir das Bifflag gelegt? Hey, George, bitte, wenn du schulhaft, präsidentierst. Johnny Begoon. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Go, Johnny, go, go. Go, Johnny, go, go, go. Johnny, go, go. Chuck, Chuck, hier ist Marvin. Dein Cousin Marvin Barry. Du bist noch auf der Suche nach einem neuen Sound. Das? Genau, hör dir das mal an. Das übersteht. Musik 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 Tja, ich schätze, ihr seid wohl noch nicht so weit. Aber eure Kinder fahren da voll drauf ab.